Hallo und Willkommen. Sie können das Spiel um den dritten Platz beim Afrikanischen Nationenpokal Südafrika Demokratische Republik Kongo an diesem Samstag, 10. Februar 2024, um 21 Uhr live auf dem digitalen Fußballkanal Sport verfolgen. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Vielen Dank.